Turat Brankovic war ein serbischer Despot, der von 1427 bis 1456 regierte. Er war der Nachfolger seines Onkels Stefan Lazarevic und war mit Gerina aus dem Haus Kantaku-Zenes verheiratet. Frühe Jahre, als sein Onkel Stefan Lazarevic 1402 die ungarische Oberhoheit anerkannte, führte dieser Umstand Brankovic als Osmanischen Vasall in die Gegnerschaft zu Stefan Lazarevic. In der zweiten Schlacht auf dem Amselfeld zwischen Stefan und ungarischen Hilfstruppen auf der einen und ihm mit osmanischen Hilfstruppen auf der anderen Seite ging Stefan als Sieger hervor, die Politik Stefans in seinem Herrschaftsbereich eine zentralistische Regierung aufzubauen und damit der Willkür des Adels ein Ende zu bereiten. Welche nach der ersten Schlacht auf dem Amselfeld entstand, führte viele Adelige und letztendlich auch sein Onkel V.U.K. Lazarevic. Der Bruder Stefans an den Hof Brankovic's. Der Machtkampf zwischen den Söhnen bei Zietz, Mehmet, Süleimann und Musa zog auch die Brankovic und die Lazarevic mit sich. Stefan Lazarevic unterstützte Mehmet. Brankovic und V.U.K. Lazarevic unterstützten Süleimann. Süleimann wurde von seinem Bruder Musa erdrosselt, der damit seine Nachfolge antrat. Das gleiche Schicksal wie Süleimann von V.U.K. Lazarevic, während Brankovic auf abenteuerlichem Wege den Mordhanschlägen Musas entkam. Der neue gemeinsame Feind versöhnte ihn mit seinem Onkel Stefan. Er anerkannte die Oberherrschaft seines Onkels, regierte aber in seinem Herrschaftsbereich autonom. Aufgrund seiner guten Kontakte zu den Osmanen als auch zu Bizanz galt er als bester Kenner der osmanischen Verhältnisse, weswegen ihm Stefan immer mehr Befugnissen anvertraute. Brankovic galt als der zweite Mann im Staat. Er führte die serbischen Truppen erfolgreich gegen Musa 1413 und im Krieg gegen Venedig 1421 bis 1423, welcher mit einem Status quo endete. Serbischer Despot. Dadurch, dass Stefan Lazarevic keine Nachkommen hatte, bestimmte er Brankovic zu seinem Nachfolger. Dem stimmte auch Ungarn als oberster Lehnzer Lazarevic zu. Doch betrachtete Ungarn die Vereinigung der Länder Lazarevic und Brankovic sowie Brankovics Kontakte zu den Osmanen mit Missmut, weswegen es darauf bestand, dass nach dem Tode Lazarevic Belgrad und Golobac an Ungarn zurückgegeben werden sollten. Im Gegenzug durfte Brankovic alle ungarischen Lehen seine Sonkels behalten. Als Stefan Lazarevic 1427 verstarb, wurde Brankovic neuer serbischer Despot. Sein Versuch, die Hauptstadt Belgrad zu behalten, wurde von Ungarn vereitelt. König Sigismund erschien selbst an der Spitze eines Heeres vor Belgrad und forderte die Übergabe der Stadt. Es folgte ein Massenexodus der serbischen Bevölkerung aus Belgrad, während ein Voivode Jeremia die Festung Golobac an die Osmanen übergab. 1428 griffen die Osmanen an, drei Jahre nach ihrem letzten Feldzug gegen Serbien. Sultan Murat II. erkannte Brankovic nicht als serbischen Despoten an und verlangte die Übergabe Serbiens. Mit ungarischer Hilfe konnten die Osmanen zurückgedrängt werden. Doch behielten sie NIS und Krusevac und damit die wichtigsten Verkehrswege in den Süden. Mit Belgrad NIS, Krusevac und Golubac verlor Brankovic die wichtigsten Festungen seines Staates. Er entschloss sich zum Bau einer neuen Festung, die zugleich die neue Hauptstadt werden sollte. Wegen der Nähe zu Ungarn wurde ein Fischerdorf gewählt, Smederevo. Schon zu Lebzeiten Stefan Lazarevic gab es eine allgemeine Steuer für die Befestigung Belgrads. Nun wurde diese Steuer für Smederevo eingetrieben. Nach den osmanischen Feldzügen von 1425 und 1428 traf diese Steuer die Bevölkerung hart. Osmanen erobern Serbien. 1439 starteten die Osmanen eine neue Offensive gegen Serbien. Brankovic konnte keinen nennenswerten Widerstand leisten, fehlte ihm auch die Unterstützung Ungarns. Das auf einen neuen Krieg gegen die Osmanen nicht vorbereitet war. Seine Söhne Lazar und Stefan wurden gefangen genommen und geblendet. Er selbst zog sich nach Budva zurück und danach über Dubrovnik nach Ungarn. Die Eroberung Serbiens ausnutzend bemächtigte sich Venedig Budva und Bad, die bis dahin unter der Herrschaft Brankovics standen. Im ungarischen Exil warb er für einen Krieg gegen die Osmanen. Die Befreiung Serbiens 1441 formierte sich unter der Vermittlung von Giuliano Cesarini ein Kreuzzug gegen die Osmanen U.A.R. mit dem ungarischen König Wladislav, Johann Hunjadi und Brankovic. Die Osmanen wurden in Serbien 1443 geschlagen. Im darauffolgenden Frieden von Szegel stimmten die Osmanen der Räumung Serbiens und Brankovic als serbischen Regenten zu. Jedoch wurden die jährlichen Tributzahlungen von 50.000 auf 60.000 Goldmünzen erhöht. Bis 1444 räumten die Osmanen alle Gebiete, die sie 1439 erobert hatten. Brankovic regierte wieder in Serbien. Venedig konnte er nicht bewegen, Budva und Baat zurückzugeben. Nach der Befreiung Serbiens trieb Brankovic die Erbauungsmederevos noch härter voran. Unter den letzten enormen Anstrengungen, Serbien vor der Eroberung durch die Osmanen zu bewahren, litt die einfache Bevölkerung am meisten. In den serbischen Legenden wird die Erinnerung an dieses Leid in Smederevo als die verfluchte Stadt Jerinas der Frau Brankovic wachgehalten. Zum neuen Konflikt mit Ungarn kam es. Als Vela Dislav und Hunjadi den gerade zustande gekommenen Frieden brachen und den Kreuzzug gegen die Osmanen fortsetzten. Aus Befürchtung eine Niederlage der christlichen Allianz würde zur neuerlichen Eroberung Serbiens führen, verweigerte Brankovic die Teilnahme am Kreuzzug. Vladislav und Hunjadi sahen dies als Verrat Brankovics an und nach der Niederlage in der Schlacht bei Varna 1444 machten sie U.A. auch ihn dafür verantwortlich. Die Beziehungen Brankovics zu Ungarn hatten schon ihren Tiefpunkt, als Hunjadi inzwischen Reichsverweser von Ungarn 1448 einen neuen Kreuzzug gegen die Osmanen begann. Da Brankovic weiter als Vassal Ungarns galt, verlangte Hunjadi von ihm, sich dem Feldzug anzuschließen. Brankovic weigerte sich, musste er gleichzeitig die Oberhoheit Ungarns und die der Osmanen tragen und sah eine Niederlage Hunjadis voraus. Seine Versuche, Hunjadi vom Kreuzzug abzubringen, scheiterten. Auch soll er auf Skandar Begein gewirkt haben, sich Hunjadi nicht anzuschließen. Es bestand sogar der Verdacht, er habe die Osmanen vor dem neuen Kreuzzug gewarnt. Hunjadi versuchte daraufhin mit Gewalt Brankovic zur Teilnahme am Kreuzzug zu bewegen. Bewusst setzte er mit seinem Heer nach Serbien und zog plündernd durch das Land. Auf die Nachricht vom Heranrücken der Osmanen zog er gen Süden, wo es zur dritten Schlacht auf dem Amselfeld kam. Es folgte eine katastrophale Niederlage des christlichen Heeres. Hunjadi floh, wurde aber von Brankovic gefangen und eingekerkert. Hunjadi wurde freigelassen, als er sich verpflichtete, die Lehn Brankovics in Ungarn nicht anzugreifen und für die Schäden, die seine Armee in Serbien gemacht hatte, aufzukommen. Zurück in Ungarn wurde Hunjadi vom Gegenpapst Felix V. seiner Verpflichtung entbunden und konfiszierte alle Lehn Brankovics. Damit endete de facto die ungarische Oberhoheit über Serbien. Brankovic war fortan ganz auf die Gnade der Osmanen angewiesen. 1453 mussten seine Soldaten an der Eroberung von Konstantinopel teilnehmen, bewachten jedoch wegen ihrer Unverlässlichkeit im Kampf gegen die Stadt einen Außenposten bei Edirne. Im gleichen Jahr wendeten sich die CR Nojevic in Montenegro von ihm ab und baten um Venedigs Schutz und Oberhoheit. Geschlagen vom Leben zog sich Brankovic immer mehr zurück. 1454 begann eine neue Eroberungswelle der Osmanen. Sie eroberten dabei weite Teile Serbiens. Brankovic zog nach Ungarn und Wien und bat um Unterstützung, während seine Armees Mederevo verteidigen konnte. Auf seiner Rückkehr wurde er bei Belgrad vom Schwager Hunjadis Mihalis Zilegi angegriffen und gefangen genommen. Bei diesem Angriff verlor er drei Finger. Erst unter Vermittlung von König Ladislav wurde er freigelassen. Schwermütig und mit düsteren Blicken auf die Zukunft verstarb Brankovic 1456. Sein von den Osmanen geblendeter Sohn Lazar wurde neuer serbischer Despot. Bewertung Turat Brankovic wird in der serbischen Geschichtsschreibung als einer der fähigsten serbischen Regenten des Mittelalters beschrieben. Er soll enorme Anstrengungen unternommen haben, um Serbien vor der Eroberung durch die Osmanen zu retten, konnte diese lediglich aufschieben. Aber nicht verhindern. Unklar bleibt sein Verhalten gegenüber Johann Hunjadis nach dessen Niederlage auf dem Amselfeld 1448, was als ein größter politischer Fehler gedeutet wird. Die ungarische Geschichtsschreibung betrachtet Brankovic weniger positiv und sieht in ihm einen unzuverlässigen Vasallen, der einzig seine Interessen zu verwirklichen suchte, vor Verrat nicht scheute und je nach Interesse gegen Ungarn arbeitete. Allerdings mag das auch viele ungarische Vasallen jener Zeit zugetroffen haben.